Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Folge Love in the Woods, die gleichzeitig keine Folge Love in the Woods ist, denn wir sind jetzt mal auf dem Server von Love in the Woods und es hat mehrere Gründe und gleichzeitig ist es auch irgendwie die letzte Folge und gleichzeitig auch nicht. Und jetzt erstmal hallo Alina. Hallo alle zusammen. Hi, sie ist auch mit dabei. Es gibt zwar auf ihrem Kanal momentan noch kein Video dazu, aber sie ist auch mit dabei. Hallo. Hallo. Oh süß. Okay, also. Wie hat das Ganze angefangen? Das Ganze hat angefangen, dass, ich stelle mich jetzt einfach mal hin, dass wir kurz erzählen können. Das hat damit angefangen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, hey Ali, lass mal zusammen Minecraft spielen. Hä, das habe ich gesagt. Echt? Es ist aber schon mehrere Jahre her. Ach so, du meinst. Ja, vor langer Zeit, vor langer Zeit. Ach so, ja, da hat er wirklich gesagt, lass Minecraft spielen. Okay, erzähl die ganze Geschichte. Ja, und dann haben wir vier Tage lang nichts anderes gemacht, außer Minecraft gespielt. Oder zwei Wochen, ich weiß es nicht. Wir haben komplett durchgesuchtet, wie die Bescheuerten. Und ich hatte kein echtes Minecraft. Ja, sie hatte kein echtes Minecraft. Ein Jahr später habe ich ihr dann echtes Minecraft geschenkt und wir haben total durchgesuchtet. Falls ihr auf meinem Kanal eines der meist gegucktesten Videos, was passiert, wenn man seiner Freundin Minecraft schenkt, sehen solltet, mit inzwischen über 100.000 Aufrufe, das war damals. Und nachdem sie jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal gemacht hat, inzwischen mit über 4.000 Abonnenten, voll cool. Ich finde das richtig toll, dass sie gerade so auch ihre eigenen Videos macht und auch nicht nur Minecraft und so weiter. So ein richtig eigenes Ding. Oh, danke. Haben wir gesagt, lass uns zusammen ein Minecraft-Projekt machen und haben Love in the Woods gegründet. Ja. Und jetzt kommt halt der Teil, wo wir in der letzten Folge bemerkt haben, dass das Projekt nicht unbedingt was für uns ist, weil dieser Suchtfaktor fehlt. Für uns hat es einfach, war es nie, hat es sich nie so richtig angefühlt, dass wir quasi das, was wir sonst immer durchsuchten, wie die Bescheuerten, in Folgen zu verpacken, kaum voranzukommen. Ja, das ist schwierig, weil wir suchten halt wirklich und spielen, wenn wir zusammen Minecraft spielen, wirklich ohne Witz. Morgens stehen wir auf und sind bis abends dran. Ohne Witz jetzt. Und das ist für uns total schwierig, da nur eine Viertelstunde lang irgendwas zu machen oder für euch irgendwas Spannendes in der Folge zu verpacken. Das ist wirklich nicht einfach. Und dann kommen noch andere Sachen hinzu. Genau. Dazu komme ich gleich noch. Zum Beispiel gestern, als wir hier waren, was haben wir gemacht? Sie hat so ein Spiel auf der Xbox gespielt und ich saß da nur nebendran und trotzdem haben wir stundenlang dieses Spiel gesucht, obwohl nur einer von uns beiden gespielt hat. Also ich denke, ihr erkennst so den ersten Punkt, warum wir das Projekt so in der Art nicht weitermachen können, weil es einfach nicht zu unserer Art, wie wir Minecraft spielen, zusammenpasst. Es ist einfach, das hat sich nicht gut angefühlt, das immer in Folgen zu verpacken. Es war Mords der Stress, weil wir beide sehr viel unterwegs sind, nebenher beide studieren. Genug so noch zu tun haben, dann noch das aufnehmen und dann auch immer nur so in Häppchen. Das war einfach ganz, ganz komisch. Ja, die Häppchen sind echt blöd, weil man gar nicht zu irgendwas kommt. Genau. Das war aber nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt war, dass es einen Bug auf dem Server gab. Letztlich tatsächlich einen Mod-Bug von Gravestone, wodurch sie ihre ganzen Items verloren hatte. Ja. Ich dann gedacht habe, jo, kein Problem. Nitrado bietet ja coolerweise die Möglichkeit, einen Server zurückzusetzen. Also lassen wir den Server auf den Stand von gestern zurücksetzen. Kein Ding. Eine Sache von ein paar Minuten. Da muss ich wirklich mal den Server von Nitrado an der Stelle loben, weil das ein super Service ist, dass man so viele kostenlose Backups einfach speichern und wiederherstellen kann. Also einfach mal an der Stelle auch mal ein Lob. Server stürzt nicht immer nur ab. Manchmal haben sie auch coole Features. Blöderweise habe ich es dann aber irgendwie geschafft. Inzwischen weiß ich, dass es mein Fehler war, aber ich habe es geschafft, den Server zu zerschießen. Und da waren wir halt schon ein bisschen deprimiert und gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, ich war total traurig, weil die Welt war so schön und eigentlich wollten wir gar nicht aufhören. Klar, fanden wir schon immer ein bisschen nervig mit der Viertelstunde, also nur in 15 Minuten folgen, aber das sollte eigentlich gar nicht so kommen. Und ja, das fanden wir dann echt ein bisschen scheiße. Ja, also das war so der erste Punkt, wo wir dann gesagt haben, dass wir uns überhaupt mal drüber unterhalten haben, dass es einfach von unserem Spielverhalten her, das Projekt nicht zu uns passt. Und wie gesagt, das war mein Fehler. Ich habe dann im Nachhinein kapiert, oh, das war gar nicht die Schuld von Hidrato, dass der Server jetzt gerade nicht mehr startet. Ich Idiote, habe auf die falsche Taste gedrückt, so im übertragenen Sinne. Deswegen, der Server läuft auch wieder und jetzt kommt der ironische Part. Ja. Wir können trotzdem nicht drauf spielen. Cool. Ja. Jetzt hätten wir noch irgendwie was drauf gespielt, aber wir können nicht mehr drauf. Ja, weil Love in the Woods so cool oder Live in the Woods, das Modpack, die Leute so cool waren und gedacht haben, hey, wir haben seit Ewigkeiten Forge nicht mehr geupdatet, haben ein total instabiles Packen, was weiß ich. Lass doch mal eine neue Version rausbringen, das updaten am 1. Juli. Und weil es vielleicht Leute geben könnte, die haben sogar mitgedacht, die dieses Update nicht wollen, weil in unserem Fall würde es dafür sorgen, dass der Server nicht mehr läuft, dann können sie auf der alten Version bleiben und deswegen bringen wir auch noch gleich einen neuen Launcher raus. Und dieser Launcher startet bei uns beiden nicht, weil er verbuggt ist. Also er startet schon, aber dann hängt er sich wegen einem Bug auf, weil sie einfach eine unfertige Version auf den Markt geworfen haben. GG. Ja, das heißt, wir kommen momentan nicht mehr mit diesem Launcher drauf. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie entdecken den Bug oder ich muss es irgendwie schaffen, das Modpack so hinzustellen, dass wir quasi mit einem nicht so verschissen programmierten Launcher, sondern mit einem der Launcher, die es schon gibt, wie zum Beispiel den Technik Launcher oder sowas, ja, oder dem normalen Minecraft Launcher auf diesen Server kommen. Das wird dann noch mein Problem sein. Ja, also jetzt kommen wir auch noch zu dem Punkt, dass wir das nicht komplett praktisch beenden wollen. Wir finden diese Map sehr schön und wenn wir das irgendwie hinkriegen, die wieder zocken, möchten wir auf jeden Fall privat noch weiterspielen. Und wenn ihr möchtet, können wir da vielleicht mal irgendwann mal was zeigen, was wir dann so weitergebaut haben. Aber in Folgen verpackt klappt es jetzt erstmal nicht und es klappt jetzt sowieso erstmal nicht mehr, weil wir es nicht mehr zum Raufen kriegen. Also es ist wirklich so, wir wollten eigentlich, seit einer Woche haben wir gesagt, ja, jetzt war alles total unregelmäßig, jetzt machen wir dieses Video. Jetzt haben wir uns hingesetzt, wollen das machen und es funktioniert halt gar nichts. Das ist wieder mal typisch. Ich muss wirklich sagen, die Tatsache, dass es dieses Modpack einen eigenen Launcher hat, macht es zu einem der unsympathischsten Modpacks, die ich so kenne, weil es einfach eine unglaublich schlechte Entscheidung ist, einen eigenen Launcher für einen Modpack zu bauen, wo es doch schon so viele gibt. Klar, die hatten ihre Gründe, bla bla bla, die Shader werden zur Laufzeit umgebaut und was weiß ich, steht sogar auf der Webseite, hat mir Sildur so auch gesagt, weil seine Shader ja verwendet werden. Aber trotzdem, deswegen einen eigenen Launcher auf den Markt zu bringen, egal, darum soll es in diesem Video jetzt nicht gehen. Wie Alina schon gesagt hat, wir werden das vielleicht mal in einem Stream oder so oder privat oder doch mal irgendwie eine Folge oder mal was zusammenfassen. Einfach total offen, aber nicht mehr als tägliche Videos bringen. Genau, also ein paar von euch sind wahrscheinlich sehr traurig darüber und ich finde es auch traurig, mir hat das Projekt sehr Spaß gemacht. Aber es hat einen total unter Druck gesetzt und dann auf einmal, als wir aufgenommen haben, sind dann meine Items weg gewesen und wir haben es nicht mehr zurückbekommen. Dann ist der Server irgendwie das auch nicht geklappt und das hat dann das fast zum Überlaufen gebracht. Das war super nervig. Aber ehrlich gesagt ist es mir auch lieber so, weil was eigentlich, also was Love in the Woods ausgemacht hat, meiner Meinung nach, ist nicht, dass wir jetzt schnell vorangekommen sind oder krasse Action hatten, sondern einfach, dass wir zusammen einfach den bescheuertsten Humor haben. Und halt einfach auf einem qualitativ hochwertigen Qualitätsqualitätsniveau scheiße labern. Bei uns gibt es eben die echte Qualitätsqualität und deswegen ist halt einfach, das ist aber nicht unbedingt an Love in the Woods gebunden. Ich freue mich auch auf andere Videos, die wir noch machen. Wir haben auch schon uns darüber unterhalten, dass auch wenn wir jetzt Love in the Woods hin und wieder oder weniger oder vielleicht doch irgendwann aufhören, wer weiß, geplant ist es nicht, aber wer weiß, dass wir trotzdem wieder was zusammen machen. Dass wir irgendwie vielleicht noch irgendwann mit diesen Jahres, keine Ahnung, wieder nochmal was zusammen. Ja, wir wollen auf jeden Fall sicher nochmal ein Projekt zusammen machen. Ich meine, wir zocken doch sowieso privat schon immer zusammen. Ja, also es ist... Noch cooler, wenn man irgendwie auf YouTube was zusammen macht. Ja. Nur halt nicht so, wie es war, weil dieses, wirklich dieses mit einem Uploadplan quasi Folgen rausballern passt einfach nicht zu uns und Love in the Woods als Modpack ist schön zu bauen, aber jetzt auch nicht die letzte Schlussfolgerung quasi. Bei Alina auf dem Kanal gibt es, das kann man jetzt noch an der Stelle sagen, Captive Minecraft 4 hat sie angefangen und schlägt sich da drin ganz gut. Naja, wer sagt das? Ich sag das. Und deswegen, also ist es jetzt nicht so, als würde ihr Kanal irgendwie aufhören. Du hast ja auch noch andere Projekte am Start, wie zum Beispiel Fallout. Ich bin halt kein reiner Minecraft-Kanal. Ich spiele nicht so viel Minecraft wie mein Freund. Ja, also es ist... Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, gar kein Minecraft zu spielen, als ich den eröffnet habe, aber Minecraft ist gar nicht so schlecht. Ja, schön das zu hören, nachdem du so viele Minecraft-Videos mit mir hochgeladen hast. Minecraft ist gar nicht so schlecht. Ne, ernsthaft, Leute. Das ist das Statement quasi dazu. Also natürlich werden sich jetzt einige Leute werden traurig sein und sagen, oh Mann, das wird mir aber fehlen. Ich kann nur sagen, Leute, es wird sicherlich nochmal irgendwann was Cooles kommen. Es wird sicherlich jetzt auch nicht ewig dauern, bis was Cooles kommt. Und wenn was Cooles kommt, wird es auf jeden Fall besser und ehrlicher sein, als das jetzt, weil wir dann einfach ganz gezielt drauf gucken werden, dass es ein Projekt ist, dass es uns wirklich auch beiden voll Spaß macht und das halt auch zu unserem Zockverhalten passt. Also keine Ahnung, was wir da machen. Vielleicht nehmen wir mal einen Tag am Stück auf und laden dann die Folgen über einen Monat auf. Ja, wahrscheinlich ergibt es bei uns echt mehr Sinn, sowas. Ja, ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr Ideen habt, was dazu passen könnte, schreibt es in die Kommentare. Aber wir sind einfach keine Leute, die sich und so war halt Love in the Woods, weil wenn man so ein Zweierprojekt hat und ich habe auch noch andere Projekte und wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, dann muss man sich Aufnahmetage suchen, wo man halt zum Beispiel eine ganze Woche im Voraus produziert. Und das passt einfach nicht zu uns. Und wir wollen keine Scheiße hochladen, sondern gute Videos machen. Genau. Hast du dazu noch irgendwas Schönes zu sagen? Also ich wollte noch sagen, dass ich wirklich traurig bin, dass wir es nicht mehr machen, das Projekt, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Andererseits war es wirklich schwierig immer aufzunehmen und ich fand das Ende halt total abrupt. Ja, das ist halt wirklich so. Also wir haben das nicht wirklich selber entschieden und das fand ich halt dann sehr traurig daran. Und ich fand die Welt auch perfekt für uns, weil wir beide Japan lieben und Sakura Bäume sind einfach wunderschön. Aber, ja. Wir werden irgendwas anderes finden, was auch toll ist und ich denke, die Map wird auf jeden Fall nicht verloren gehen. Ne, die Map bleibt auf jeden Fall erhalten und müssen nur gucken, wie wir da wieder drauf kommen. Ja, ich glaube, wir kriegen wir hoffentlich irgendwie hin. Aber aktuell ist es wirklich also eine doofe Verkettung von, ja, dem Projekt an sich mit vielen technischen Problemen. Hat es eben dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht mal, also ich hätte wenigstens gerne diese letzte Folge, diese letzte offizielle Kettenfolge quasi dort aufgenommen. Also, ja, doof gelaufen, aber wir können absolut nichts dran ändern. Oh, dein Skin passt auch so richtig. Meiner guckt immer irgendwie dumm. Deiner kann auch richtig traurig gucken. Oh. Oh. Ich bin echt traurig. Ich habe auf jeden Fall erst mal ein Screenshot gemacht, weil das so traurig aussah. Oh nein. Das sah echt so traurig aus. Ja, ich bin wirklich traurig. Ich fand es cool, dass wir zusammen ein Projekt gemacht haben, aber deswegen werden wir auch schnell wieder Neues zusammen machen. Das sieht so, ja, also, das ist, ich meine, wir hängen eh die ganze Zeit ab. Wir sind keine Modebeziehung wie Duckie, Bio und Line oder sowas. Das ist einfach, uns bringt auch so ein Projekt nicht auseinander. Hä, wieso? Das ist so unsinnig. Also, da hatte man ja gar keine richtige Beziehung und sowas. Ja, eben. Also, sagen wir, wir waren halt zusammen im Urlaub und was haben wir gemacht? Wir haben Minecraft gezeigt. Das ist halt wirklich so, so hat es angefangen mit Minecraft mit uns. Wir waren im Urlaub, im Schlaraffenland, könnte man sagen, und saßen zwei Wochen drin vor dem PC. Wir sind nie fast wie rausgegangen. Ja. Ja, und das passt eben nicht zu, ja, das passt einfach nicht zu Laughn der Woods. Tut mir leid. Deswegen, wir gucken, was wir draus machen. Das war jetzt aber auf jeden Fall mal ein Video, um Bescheid zu sagen. Schaut auf jeden Fall bei Alina vorbei. Wie gesagt, jetzt momentan ihre Single-Projekte. Gerade eben Captive Minecraft, hallo. So, jetzt hi. Und ich mach Zinus nicht nach, nein. Nee, die machen sie nach. Natürlich. Ja, die machen mich nach. Ja. Als Zinus mich gefragt hat, hey, Weiß macht bei mir Captive, stimmst du dem zu? Hab ich gesagt, lass das besser, Alina macht das auch. Aber er wollte nicht auf mich hören. Ja. Ja, ja. So läuft das im YouTube-Business. Einer hat die Hose an. Aber Zinus und ich sind sowieso Best Friends, deswegen passt das. Ja, Best Fiends seid ihr. Best Fiends sind wir. Ja, übrigens. Danke für 1000 Euro. Wir sehen uns, äh, so, ich poltete mich jetzt weg, um das zu beenden. Nein, jetzt bin ich alleine. Ja, okay, ich komm ja schon wieder. Nö, ich poltete mich jetzt auch weg. Das ist schon wieder so ein typisches, typisches Video von uns. Seit fünf Minuten sind wir fertig mit Reden, aber wir labern einfach trotzdem weiter, wenn wir es können. Ja, es tut uns leid, es ist total blöd. Eigentlich tut es mir ja nicht leid, denn genau das ist Love in der Woods, meine Damen und Herren. Nicht mal auf dem Sauer mehr, aber trotzdem, wir sind einfach True. T-R-V-U. Wie die Mettler mit ihren langen. Oh, ich will auch die Video hoch. Hallo. Hi. Was auch immer du gerade machst. Hey, ich wacke da drin. Drück mal Leertaste. Cool. Mit Leertaste springt man. Okay, dankeschön fürs Zusehen. Das kann nur ich. Ich fall runter, Mando. Drück einfach wieder auf Jump, halt, dann kommst du wieder her. Aber YouTuber können auf diesem Server Leute rumschlagen. Das geht tatsächlich. Du, ich werde mich bei dir rächen, ehrlich. Jetzt komm nochmal. Was ist passiert? Du hast einfach gleich mal guckt, blöd über die Insel drüber geworfen. So, jetzt. Ich kann Jump Run, deswegen bin ich auch da. Alles klar. Also das war's mit dem Video dazu. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, aber es ist einfach das Beste, so wie wir es jetzt machen. Ähm, aber wir sind auch zusammen, keine Angst, keine Angst. Ja, es ist, es ist so traurig. Gestern hat sie mir gesagt, dass, nee, okay. Ich will ein Lama mehr, ich vermisse das Ding nicht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, vielleicht zusammen, vielleicht getrennt. Schaut bei Alina vorbei, kauft meine T-Shirts, macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.